Ja, hier ist der Home-Recording-Blog und ich möchte heute mal erörtern, wie man am besten einen Song anfängt, wie man einen Mix am besten anfängt. Da gibt es ja immer lebhafte Diskussionen drüber, was ist der richtige Anfang von einem Mix? Fange ich eher mit dem Schlagzeug an oder doch lieber mit dem Gesang? Nehme ich zuerst die Gitarren? Mit was fängt man denn richtig an und in welcher Reihenfolge? Bei Mischen geht es meiner Meinung nach darum, die verschiedenen Instrumente und den Gesang in die richtige Lautstärke, Balance zu bringen und sie im Stereo-Panorama zu verteilen. Diese Sache kann man erreichen, ohne ein einziges Plug-in erstmal benutzen zu müssen. Und zwar kann man das mit dem Volume-Regler und dem Panorama-Regler machen. Das ist das Essentielle, um was es beim Mixen eigentlich geht und deswegen fange ich meine Mixe auch immer so an. Das heißt, ich setze überhaupt keine Plug-ins erstmal ein, sondern ich versuche erstmal die einzelnen trockenen Spuren in ein gutes Lautstärke-Verhältnis zueinander zu bringen und in ein gutes Panorama-Verhältnis zueinander zu bringen. Ich habe jetzt hier ein Mix vorliegen, nur trockene Spuren, das ist völlig unbearbeitet. Und was ich am Anfang immer mache, ist, dass ich diesen Mix bounce und wieder reinlade, sodass ich immer wieder mal vergleichen kann, während dem Mischen, ob jetzt überhaupt meine Arbeitsschritte Erfolg gebracht haben oder ob es dann eher schlechter klingt wie dieser ursprüngliche trockene Mix und dann kann man unter Umständen wieder einen Schritt zurückgehen. Ich fange dann einfach an zu mischen und mische aus dem Bauch raus. Und wenn man den Song zum ersten Mal hört, hat es auch den Vorteil, dass man wirklich frische Ohren hat und noch völlig unvoreingenommen an den Song herangehen kann und einfach Spaß haben kann, versuchen kann, den Song zu mischen. Ich stelle jetzt mal hier eine Stoppuhr, lass mal eine Stoppuhr mitlaufen, um zu zeigen, wie lange ich dafür ungefähr brauche. Okay, los geht's. Okay, los geht's. Ich sit hier und danke Ihnen Als die tears start to fall Es war almost fantastisch, es war almost grand Es war almost wunderbar, es war almost grand Ich hab almost gerecht, ich hab auch bei Ihnen almost held Ihr hand Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 vom Gesamtvolumen her von allem Also ich habe jetzt einfach nur die Panorama-Regler benutzt und habe die Instrumente in ein Panorama-Feld gesetzt Das waren jetzt nicht alle Instrumente dabei, aber fast alle zumindest und habe die Lautstärken in ein Verhältnis gebracht, die für mich jetzt, wie es für mich jetzt so beim ersten Hinhören einfach besser klang Die Gitarren waren ziemlich laut, die Gesänge sind hier ein bisschen unregelmäßig, es ist ein bisschen schwierig, die zu mischen Die Gitarren waren zu laut, das Piano war ein bisschen leise War so ein Schlagzeug, war ganz okay Das Snare-Dom ist am Anfang hier ein bisschen durchgekommen Okay, jetzt habe ich die Stoppuhr vergessen Also sagen wir mal 4, 4,5 Minuten habe ich gebraucht Und jetzt hören wir uns mal den unbearbeiteten Mix einfach im Vergleich dazu an Machen wir mal ein bisschen leiser Das ist natürlich wichtig, den jetzt in das gleiche Lautstärkerverhältnis zu bringen weil sonst ist es unfair Also ich spiele jetzt nur den unbearbeiteten Mix, bevor ich angefangen habe zu mischen So, jetzt kommt der unbearbeitete Mix Wieder der unbearbeitete Mix Machen wir nochmal die andere Stelle Fangen wir dann mit dem unbearbeiteten Mix erst Wieder der unbearbeitete Wieder der unbearbeitete Okay, also es übersteuert hier noch ein bisschen Aber was man sehen kann ist, dass man innerhalb kürzester Zeit Also innerhalb von 4 Minuten Ja, zwischen 4 und 5 Minuten Habe ich jetzt gebraucht Um nur mit Volume, nur mit Panning Den Mix transparenter zu machen Ich habe die Gitarren aus der Stereo-Mitte genommen Dass der Gesang mehr Platz hat Man hört den Gesang besser Der Gesang drückt schon besser durch Das Lautstärkerverhältnis ist einigermaßen angeglichen Man hört das Klavier jetzt besser Wie gesagt, die Gitarren sind an der Seite Der Mix wirkt gleich transparenter Greifbarer, direkter, präsenter Und all das kann man erreichen In nicht mal 5 Minuten Und ohne ein einziges Plugin zu benutzen Und ich finde, das ist wirklich Da kann man wirklich sehen Dass das Panning Und die Lautstärkeregelung Das Volume Dass es wirklich richtig starke Waffen sind Um den Mix zu beeinflussen Noch ohne Noch bevor man überhaupt das erste Plugin gesetzt hat Dass man Wie stark man den Mix verbessern und verändern kann Und transparenter machen kann Okay, ich hoffe es euch hat gefallen Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal